Auserwählte des Wolfs Kindred will ich euch hier mal vorstellen und oh meine Güte, warum ist das bitte kein Prestige Skin? Warum das ist? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Seltenheitsklasse und welche Preisklasse das sein wird, aber den Swain Prestige habe ich ja gezeigt und das könnte hier vom Design her locker auch ein Prestige sein. Guck mal, was für coole Farben die dem gegeben haben, hier das Rot-Goldene und das Wolf-Thema passt bei Kinred so gut wie bei keinem anderen Champion, also das ist wirklich, das könnte der Beste der neuen Skinline sein. Das einzige Problem ist, erstens spielen wenig Leute Jungle, ja in Jungle spielen schon mal eine komische Entscheidung, fühlt sich eher schwach an zur Zeit die Rolle, zweite komische Entscheidung dann auch noch Kinred, weil Kinred ist schon ein sehr spezieller Jungle, eine sehr spezielle Rolle sozusagen. Also wenn ihr Kinred spielt, ich feiere es nur, ich weiß selbst, dass der Champ sehr kompliziert ist, gucken wir uns die ganzen Fähigkeiten und so an, wir müssen hier nur kurz ein paar Vorbereitungen wieder machen. Aber Optik sowohl Splash hat als auch In-Game 10 von 10 schon mal, wenn ihr meine schnelle Bewertung hier haben wollt. Und wie bereits gesagt, bei Kinred passt das Wolf-Thema auch am besten, bei Swain habe ich ja schon gesagt, bei Swain hat mir die Ultimate nicht so gefallen, bei dem Prestige Swain. Weil das hat irgendwie nicht so von der Optik gepasst, weil Swain ist ja mehr so Demon, Demon-Style, Drachendemons sind die meisten Skins so von ihm. Oder der Basic halt, und das mit dem Wolf sah bei Swain irgendwie komisch aus, aber bei Kindred passt das natürlich perfekt. Gut, Animationen gibt es bei Kindred glaube ich nicht so viele zu beachten, die sieht man alle eher kaum. Die mal eher kaum, also von der Optik her ist es der, der mir bisher am besten gefällt, muss ich sagen. Wobei Kindred einige coole Skins hat, auch den Prestige, den, was war er, wie hieß der, weiß ich gar nicht mehr. Kindred hat auf jeden Fall jede Menge coole, aber der sieht schon mega aus, hat er. Ich glaube schon, dass ich den einige holen werde, die Ultimate. Die Ultimate finde ich jetzt nicht so besonders, ehrlich gesagt. Wo ist denn Malfight? Warum versteckt er sich denn immer? Malfight, bleib mal hier, Alter. Ja, nicer Flash, Malfight-Bot. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Bot einfach. Können ja noch ein paar Timo-Puppen kurz hinstellen. Ja, der Schweif von dem Wolf sieht mega aus, so dieses Rot davon. Das haben die ziemlich gut hinbekommen. Hier ist das, wo der dann auch angreift. Dann noch die Markierung. Oh, die Markierung sieht auch cool aus. So ein Wolf, zwei Wölfe. Nice, Alter. Ja, also das ist wirklich, also ich, da hat der Prestige-Swayne-Skin es schwer hier mitzuhalten, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass der hier günstiger sein muss. Gucken wir uns noch den Recoir an. Ja, Recoir ist jetzt nicht besonders. Das ist, glaube ich, der Standard-Kindred-Recoir einfach. So, was ist jetzt hier los? So, das sind so E-Mode-Sachen. Ja, okay. Keine Ahnung. Da reitet er so ein bisschen auf dem. Ja, why not. Das ist der Tanz. Das ist der Standard-Kindred-Tanz. Kein neuer. Lachen. Das Lachen ist auch cool bei dem Wolf. Ja, Leute. Ich gebe es ein 10 vor 10. Ist bisher der beste von den Auserwählten des Wölfe-Wolfs-Skin-Line, muss ich sagen. Wie findet ihr den Skin? Schreibt es in die Kommentare. Ciao. Ciao.